Ja, Shalom und Gottes reichen Segen. Willkommen zu einem weiteren Livestream. Diesmal heute auf TikTok am 31.12. Auch mit dem Thema. Ja, Shalom und Gottes reichen Segen. Willkommen zu einem weiteren Livestream. Diesmal heute auf TikTok am 31.12. Wir wissen ja, laut Gregorianischen Kalender haben wir zwar das Jahr 2023, aber am 1. Januar beginnt ja laut Bibel kein neues Jahr. Darüber habe ich ja schon ein Video gemacht. Ja, heute habe ich mal die Frage in den Raum gestellt, ist der Sabbat auch für Christen? Und die Antwort ist natürlich eindeutig ja. Jesus hat den Sabbat gehalten. Alle Apostel haben den Sabbat gehalten. Jesus sagte, er ist der Herr über den Sabbat. Jesus sagte, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht nur für Israel. Und im 4. Gebot, was ja das längste der 10 Gebote ist, heißt es ja auch, dass sogar das Vieh den Sabbat halten soll, also ruhen soll am Sabbat. Und wenn selbst das Vieh den Sabbat halten soll, wie viel mehr denn wir Christen, die wir zum Volk Gottes gehören? Wenn die Christen wissen würden oder erkennen würden, dass sie zum Volk Israel gehören, dann würden sie auch erkennen, dass die Gebote, die Gott Israel gegeben hat, auch für sie gelten. Aber wir wissen ja, die Gesetzlosigkeit nimmt laut Jesus überhand und die Liebe erkaltet. Und die Liebe zu Gott besteht ja darin, seine Gebote zu halten. Ja, warum soll man eigentlich den Sabbat halten? Ganz einfach, im Anfang bei der Schöpfung hat ja Gott geruht am 7. Tag. Da gab es noch kein Israel. Und trotzdem ist der Sabbat heilig, ein ewiges viertes Gebot. Und Gottes Segen an den kurdischen Kreuzritter, Shalom. Ja, wenn ihr mögt, teilt doch gerne mal den Livestream, es hängt. Ja, du musst deinen Daumen gleich nehmen. Ach so. Ah. Okay, danke für den Tipp. Ich hoffe, es ist heute wieder, äh, es ist jetzt ein bisschen besser, die Tonqualität. Ich wiederhole mich gleich eh nochmal, falls jemand das nicht gehört haben sollte, was ich gerade gesagt habe. Heute ist der Tag der ungehörten Kinder, bitte Vorsicht, heute alles. Shalom, Jesus ist der Weg, Gottes Segen. Jetzt geht's. Okay, danke dafür, danke, dass Jesus ist der Weg den Livestream geteilt hat. Und übrigens, falls einige jetzt auf YouTube zuschauen und sich die Aufzeichnung anschauen, das ist nicht Joey, Jesus ist der Weg. Äh, der mag ja nicht so die Gebote Gottes, das wissen wir. Ähm, aber das freut mich auf jeden Fall. Gottes Segen auch an Saif al-Adel. Schön, dass du auch dabei bist. Und ja, wenn ihr da seid, dann teilt und liked doch gerne mal den letzten Livestream im Jahr 2023 und dann schauen wir mal, ob der ein oder andere noch dazustößt. Ich habe heute drei Videos online gestellt auf diesem Kanal auf TikTok. Einmal über das Malzeichen. Wir sehen hier auch auf dem Bild. Das Malzeichen befindet sich auf der Hand und auf der Stirn. Und um dagegen zu wirken, um das Malzeichen nicht zu bekommen, abgesehen vom Glauben an Jesus, sollen wir das Gesetz Gottes auf der Hand und auf der Stirn haben. In der Bibel heißt es, dass wir die Gebote des Gesetzes auf der Hand als Zeichen tragen sollen und als Erinnerungszeichen auf der Stirn, damit wir nicht vergessen, dass Gott uns Gebote gegeben hat. Deswegen heißt ja auch das vierte Gebot Gedenke an den Sabbattag, weil die Christen haben ja den Sabbat vergessen, Heiligen den Sonntag, was niemand in der Bibel getan hat. Es gibt tatsächlich einige Christen, das hat man im dritten Video, das ich heute hochgeladen habe, gemerkt, die sagen, wenn man den Sabbat hält, kommt man in die Hölle. Jesus Hölle, Apostel, Paulus Hölle, Petrus, alle sind es in der Hölle, weil die wollen ja Gottes Gebote halten und nicht den Sonnentag für einen Sonnengott, Sol Invictus. Aber gut, so ist es nun mal im Christentum. Meinung zu Silvester. Silvester geht zurück auf Papst Silvester, der ist am 31.12. gestorben. Deswegen halten das einige. Aber, dass man am 1. Januar ein neues Jahr feiert, das geht zurück unter anderem auf Cäsar. Der hat 48 vor Christus das eingeführt, am 1. Januar das neue Jahr zu feiern. Also deswegen feiere ich gar nichts heute mit meiner Frau hier. Das ist ein Tag wie jeder andere auch. Ist nichts Besonderes. Das neue Jahr beginnt am 1. Abib, am 1. Nisan, das ist im Frühling und nicht im Dezember. Das neue Jahr laut Bibel beginnt also im Frühling, wenn die Sonne wieder scheint, wenn alles wieder blüht und nicht im kalten Winter, wo alles dunkel und trübe ist. Hallöchen, Gottes Segen und einen guten Rutsch ins Neujahr wünscht dir und deiner Familie. Ja, wir feiern zwar kein neues Jahr, weil laut Bibel zwar kein neues Jahr ist, aber ich wünsche dir auch alles Gute und viel Gesundheit und Gottes Segen auch im nächsten Jahr 2024 nach unserem Kalender. Guten Abend und Gottes Segen an Marvin. Viele Grüße an deine Frau Markus. Ja, Sili schreibt viele Grüße an meine Frau. Willst du auch was sagen? Ja, liebe Grüße zurück. Dankeschön. Ist ja nicht süß. Grüße sind ausgerichtet. Hast du auch YouTube? Oh, da kennt mich jemand noch nicht. Ja, kurdischer Kreuzritter, auf YouTube habe ich auch einen Kanal, Inside Reporter MCM, mit 1500 Videos, über 100.000 Abonnenten. Ich bin ja eigentlich mehr auf YouTube aktiv als auf TikTok, aber weil ich gemerkt habe, dass auf TikTok sehr viele gesetzlose Christen am Start sind, die alle verteufeln, die die Gebote Gottes halten. Ja, muss man auch in dieser finsteren Internetwelt auch hier mal online gehen. Und das mache ich jetzt auch vermehrt, habe ich auch vor. Und so muss das auch sein. Auch Sili feiert kein Silvester. Was soll das mit der 666 bedeuten? Ja, die 666 ist ja die Zahl des Tieres, hat jetzt weniger mit dem Mahlzeichen zu tun, sondern das bezieht sich auf einen Menschen, den falschen Propheten. Aber ich habe heute ein Video online gestellt, das kannst du dir gerne mal anschauen, nämlich das Mahlzeichen des Tieres. Das ist ja auf der Hand, wie man sieht, und auf der Stirn. Und in der Bibel heißt es, wir sollen das Gesetz Gottes auf der Hand haben als Zeichen und auf der Stirn als Erinnerungszeichen. Das wäre das Gesetz Gottes gedenken. Auch an den Sabbat, das ewige vierte Gebot für alle Geschlechter, auch für Christen. Und ja, deswegen habe ich das Bild ausgewählt. Natürlich, die meisten halten nicht das Gesetz. Wir wissen, der Antichrist wird in der Bibel als der Gesetzlose bezeichnet. Und da sollten wir aufpassen, dass wir nicht das Mahlzeichen des Tieres bekommen. Denn laut Bibel, wer das Mahlzeichen hat, der ist verloren und kommt in den Feuersee. Und deswegen ist es wichtig, die Menschen darüber aufzuklären, was das Mahlzeichen ist. Und dass Jesus hier auch sagte, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich habe euch nie gekannt. Und welcher Christ will das schon von unserem Herrn Jesus Christus hören? Das, glaube ich, will niemand hören. Also muss man da vorsichtig sein. Ach so, okay, muss ich mal auschecken. Kannst du gerne tun. Ich wünsche dir, ich wünsche euch ebenfalls alles erdenklich Gute im neuen Jahr und geistige Früchte im Wort Gottes. Amen. Ja, Amen. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir auch Gottes Segen und Gesundheit. Und dass wir alle gemeinsam Früchte bringen für unseren Herrn und König Jesus Christus. Jesus sagt ja, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und in den Feuerofen geworfen. Und was sind gute Früchte? Gute Früchte sind gute Werke. Denn in Jakobus 2 heißt es, so erkennt, dass der Glaube ohne Werke tot ist. So wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und deswegen ist es ja auch Pflicht, die Gebote Gottes zu halten. Paulus sagt in Römer 2, nicht der, welcher das Gesetz hört, soll gerechtfertigt werden, sondern wer das Gesetz befolgt, soll gerechtfertigt werden. Deswegen ist ja die Gesetzlosigkeit auch so schlimm, denn laut 1. Johannesbrief ist Sünde die Übertretung des Gesetzes. Ja, und Amir lehrt natürlich wieder was ganz anderes, aber er ist nicht der Einzige, auch sein Bruder sagt, wer die Gebote hält. Also ist ja gleich wie Hölle, Antichrist. Aber wir wissen, Antichrist wird als Gesetzloser bezeichnet und nicht diejenigen, die Gottes Gebote halten. Es ist nie falsch, die Gebote Gottes zu halten. Es ist immer falsch, die Gebote Gottes zu brechen. Was bedeutet die Zahl 7 in dreifacher Ausfertigung? Naja, die 7 kommt oft vor. Der Sie, die 7, ist ja auch am siebten Tag, soll man den Sabbat halten. Es gibt sieben heilige Feste in der Bibel. Es gibt sieben Wochentage und es gibt im Buch der Offenbarung sieben Gemeinden, sieben Engel der Gemeinden, sieben Zornschalen, sieben Posaunen. Also die Zahl 7 ist wichtig. Das alles führt uns wiederum auf die 7000 Jahre biblischer Geschichte und danach kommt eine neue Himmel und eine neue Erde. Das heißt, wir nehmen dann ein Sabbatjahrtausend. Tausend Jahre wird Jesus regieren und danach kommt die neue Erde und der neue Himmel. Shalom, verliebt in Jeschua. Gottes Segen auch an dich. Danke fürs Teilen des Livestreams. Ja, was ist falsch an Amir Rapur? Vor allem seine Lehre und seine Umgangsweise mit Christenlieben nicht passen. Jeder Christ, der nicht glaubt wie Amir Rapur, ist wie ein Teufel und kommt in die Hölle. Und Reza Rapur ist ja genauso drauf. Da habe ich heute ein Video hochgeladen, wo er sagte, alle, die die AfD wählen, kommen in die Hölle. Ja, die AfD ist bei über 20 Prozent und viele Christen wählen auch die AfD, konservative Christen. Und außerdem sagt auch Amir, dass die Gesetze, die Gebote Gottes abgeschafft sind. Und er hat eine ganz merkwürdige Bibelauslegung. Kennt sich mit dem Islam sehr gut aus. Da kann man nichts sagen. Nur von der Bibel hat er keinen Plan. Und da stelle ich mir die Frage, was ist wichtiger? Alles über den wahren Gott und die Bibel zu wissen oder über Allah und den Koran? Die Antwort ist für uns Christen, denke ich, eindeutig. Guten Abend, Pina Colada. Und danke auch für die Rosen. Was geht ab? Ja, wir sind auf TikTok Live und bleiben es noch ein bisschen. Sofern Fragen kommen, Feedback kommt, solange werden wir online bleiben. Also könnt ihr gerne mal den Livestream teilen, liken. Vielleicht kommt noch der ein oder andere dazu. Die schreiben sich die Deutungshoheit selbst zu. Ja, Jesus sagte, wer andere richtet, und damit ist Richten gemeint, wer in die Hölle kommt, der ist selbst gerichtet, so wie er andere gerichtet hat. Also wer sagt, der kommt in die Hölle, der hält den Sabbat, der kommt in die Hölle, der kommt laut Jesus, ist er mit einem Bein selbst in der Hölle und das ist brandgefährlich. Im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Gibt es eine ewig brennende Hölle? Die Hölle brennt ewig, der Feuersee brennt ewig. Aber die Menschen, die Ungeläubigen, die im Feuersee landen werden, die werden laut Jesus und den Propheten und den Aposteln verbrannt, ausgelöscht zur Asche und werden nicht ewig brennen. Das gibt es nur im Koran. Aber sie werden also wie bei Herr der Ringe, da gibt es auch so einen Vulkan, da gibt es einen Feuersee. Okay, stell dir vor, du wirst als Mensch aus Fleisch und Blut da reingeworfen, du verbrennst ja schnell, aber das war es dann auch. Also man lebt, das wird auch als der zweite Tod bezeichnet, denn ewiges Leben bekommen ja nur die, die ewig leben im Reich Gottes, die ewiges Leben bekommen, die Gläubigen. Und jemand, der ewig im Feuersee brennen würde, der lebt ja auch ewig, aber die haben nicht das ewige Leben, sondern der ewige Tod, das nennt man auch den zweiten Tod. Danke für die Terra-Herzen. Markus, meine Oma ist gestorben vor einiger Zeit. Ich hatte keinen Mut, ihr von Jesus zu erzählen. Tja, das ist natürlich schade. Erstmal mal im Ball leid dafür. Aber sei dir gewiss, es gibt noch eine zweite Auferstehung und Jesus wird dann die Menschen richten. Und dann schauen wir mal, wie Jesus das machen wird. Aber sie wusste von meinem Glauben, was denkst du, was mit ihr geschehen wird? Wird sie noch eine Chance haben? Also ich, wie gesagt, wir dürfen nicht richten. Ich kann nicht sagen, wer kommt Himmel, wer kommt Hölle. Aber es gibt ja eine zweite Auferstehung und Jesus sagte ja auch zu den einen, komm zu mir, Kinder Gottes, zu meiner Linken. Und die Rechten eben nicht. Die landen dann im Feuersee. Ob deine Oma jetzt auf der linken Seite steht und noch gerettet wird oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber theoretisch, laut Bibel, gibt es da noch eine Chance. Glaubst du jetzt, dass Jesus im Himmel verherrlichter Mensch ist? Ein Mensch besteht aus Fleisch und Blut und das Neue Testament sagt, Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Deswegen ist Jesus heute kein Mensch mehr aus Fleisch und Blut, sondern er ist wieder das, was er davor war, nämlich ein geistiges, ewig lebendiges Wesen. Jesus sagte, siehe, ich ware tot und lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das könnte Jesus nicht, wenn er noch ein Mensch wäre. Deswegen ist Jesus kein Mensch mehr, sondern er hat seine Göttlichkeit ausgezogen, als er Mensch wurde und hat sie wieder angezogen, nach der Auferstehung. Nichts zu danken, verliebt in Jeschua. Gibt es eine Auferstehung zu Gericht, das wäre schrecklich. In der Bibel heißt es im Neuen Testament, wir alle müssen vor dem Richterstuhl offenbart werden, vor dem Richterstuhl von Jesus, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das heißt, wir alle werden gerichtet und stehen vor dem Richterstuhl, ob Christ oder Nicht-Christ. Allerdings brauchen die Christen, die an Jesus glauben, die im biblischen Jesus, und jetzt nicht so gesetzlos sind, dass Jesus denen sagt, ich kenne euch gar nicht, denn das wird ja Jesus zu einigen gesetzlosen Christen sagen, dann haben wir Sicherheit, dass wir bei der ersten Auferstehung dabei sind. Nein, Dave, Christen müssen nicht alle Gesetze des Alten Testaments halten. Ich gebe dir zwei Beispiele, zum Beispiel die Todesstrafe. Es gibt ja auf einige Übertretungen von Geboten, zum Beispiel den Sabbat zu erteiligen, die Todesstrafe. Aber wir dürfen diese Strafe nicht vollziehen, weil wen kann im Gottesstaat leben? Das durften doch nicht mal die Juden. Deswegen sagte Jesus, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wir sind alle Sünder, also dürfen wir nicht richten und andere jetzt mit Steinen erschlagen oder so. Jesus könnte das, wir sollen das nicht tun. Und zum anderen, alle Gebote, die mit dem Tempeldienst zusammenhängen, das heißt, Räucheropfer bringen, Tieropfer bringen, zu vergeben der Sünden, die brauchen wir nicht. Erstens gibt es kein Tempel. Zweitens sind wir der Tempel, wo der Heilige Geist reinwohnen soll. Und drittens ist Jesus das Lamm Gottes, das sich für uns geopfert hat. Du kannst mal den Hebräerbrief lesen. Da steht, dass wir ein neues Priestertum haben. Wir leben nicht mehr in der Weise nach dem Aaronitischen Priestertum, wo es ja ein Tempel gab, Stiftshütte und wo man auch Tiere schlachten musste, sondern wir leben im Priestertum der Weise Mechisedex. Und das bedeutet, all diese Tempelgesetze gelten nicht mehr. Aber es gilt nach wie vor, den Sabbat zu halten. Das ist das ewige vierte Gebot, die sieben Festtage Gottes, Speisegebote. Das ist wichtig. Oh, Schwester Edi, Shalom. Gottes Segen. Du bist ja auch schon lange dabei. Schön, dass du auch auf YouTube bist, äh, auf TikTok bist. Ja, aber verherrlicht der Mensch, was bedeutet das? Wir werden verherrlicht, als Menschen, die wir schon immer Menschen waren, zu ewig lebendigen Geistwesen. Aber auch wir werden ja nicht zu Menschen auferstehen, aus Fleisch und Blut. Und verherrlichte Menschen, so etwas in der Art, ähm, wie das manche verstehen, dass Menschen, als Menschen auferstehen, oder dass Jesus immer noch ein Mensch ist, das ist nicht in der Bibel. Shalom Christ in you. Aber steht nicht in Offenbarung, der Qualm, ihrer Qual wird aufsteigen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das griechische Wort Ewigkeit heißt Eion und das kann heißen Zeitdauer, Zeitspanne, Zeitalter und das heißt Ewigkeit ist nicht Ewigkeit. Wir lesen auch im Judasbrief und im Alten Testament, das Feuer, das Sodom und Gomorra ausgelöscht hat, war ein ewiges Feuer. Ewiges Feuer. Vergleichbar wie mit der Hölle oder wenn jemand in die Hölle kommt. Aber brennt das Feuer von Sodom und Gomorra immer noch? Nein. Es brannte so lange, bis alles ausgelöscht wurde, was ausgelöscht werden sollte. So ist es auch mit dem Feuersee. Wenn die Menschen alle ausgelöscht werden, dann werden sie ja nicht darin weiter brennen. Julian, was meinst du mit wann? Was? Wann? Wann tritt der Antichrist in Erscheinung? Also ich denke erstmal, wird der dritte Tempel stehen müssen, weil der Antichrist setzt sich ja in den dritten Tempel in Jerusalem, in Israel und der steht noch nicht. Also wird das wohl noch ein Weilchen dauern. Aber sobald der dritte Tempel da ist, könnte dann auch der Antichrist in Erscheinung treten. Wann das ist, das weiß ich natürlich nicht. Gottes Segen auch dir, Schwester Eli, nicht zu danken. Dave wird Jesus nicht auch als Ewigvater und Fürst des Friedens genannt. Auch Paulus wird als Vater bezeichnet. Das ist ein Vater der Gläubigen. Er kümmert sich wie ein Vater um die Söhne, um die Gläubigen. Aber das heißt ja nicht, dass Jesus der himmlische Vater ist, denn Jesus hat ja zum Vater gebetet und als Jesus getauft wurde, da kam ja eine Stimme aus dem Himmel, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also kann Jesus nicht der himmlische Vater sein, gleichzeitig, denn sonst hätte Jesus zu sich selbst gesprochen und sich selbst angebetet und das wäre schon ein bisschen schizophren. Dann kann es sein, dass er verherrlichter Geistmensch ist. Geistmensch kenne ich nicht den Begriff. Gott ist Geist und Jesus ist wieder ein geistiges, ewig lebendiges Wesen. Kein Mensch mehr. Weil alle Menschen bestehen aus Fleisch und Blut. Jesus besteht nicht mehr aus Fleisch und Blut. 666 ist ein biblisches Rätsel. Damit ist ein Untier gemeint und unterschrieben 666. Wir bestehen aus Fleisch und Blut. Jesus besteht nicht mehr aus Fleisch und Blut. 666 ist ein biblisches Rätsel. Damit ist ein Untier gemeint und unterschrieben 666. Dann kommt man auf die Frage, wer dieses Wesen ist, dieser Mensch, die Zahl 666. Darf ich fragen, was du bist? Ich bin ein Christ. Luzifer ist Gott, schreibt jemand. Ja, in deinem Phantasialand ist Luzifer vielleicht Gott, aber nicht in der Realität. Hallo Markus, ich wünsche dir für 2024 Glück und Gesundheit, Gottes Segen und Frieden. Vielen Dank, wenn sich das alles erfüllt, da wären wir schon zufrieden. Ich wünsche dir natürlich auch Gottes Segen und viel Gesundheit in den nächsten 365 Tagen, im nächsten Jahr dann. Aber in den 1000 Jahren ist er doch Gott. Ja, Jesus ist heute schon Gott. Was soll Jesus sonst sein? Jesus ist ja kein Mensch mehr. Ami Arapur sagt, Jesus ist immer noch ein Mensch aus Fleisch und Blut und ist im Himmel als Mensch. Ja, das ist natürlich ihre Lehre. Gott dieser Welt des Höchsten. Ja, noch ist Satan der Gott dieser Welt und dieser Weltzeit, aber seine Zeit ist Gott, sei Dank, bald abgelaufen. Ja, Jesus war in Ewigkeit. So ist es. Jesus ist präexistent. Das leugnen einige Christen auch. Jesus sagt, ja, bevor Abraham war, war ich. Alles wurde durch Jesus erschaffen. Genau, kein Fleisch kann in den Himmelreich eingehen. Ja, so heißt es im Neuen Testament. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Also wie kann Jesus Fleisch und Blut im Reich Gottes sein? Das würde der Bibel widersprechen. Ja, wenn ihr möchtet, dann teilt doch gerne mal den Livestream. Heute ist natürlich der 31.12. Viele sind unterwegs, aber ich hoffe natürlich, dass ihr gesund bleibt, gesund seid und ja, teilt und liked doch gerne mal den Livestream, wenn ihr möchtet. Welche Religion gehörst du an? Ich bin ein Christ, aber ich folge jetzt nicht dem Christentum, also Religion mit Osterhase, Weihnachtsmann, drei Götter und Gesetzlosigkeit, Schweinefleisch essen, sondern ich folge nur der Bibel und Jesus Christus und das ist ein Riesenunterschied zu einigen gesetzlosen Christen, die lieber Menschengebote halten und heidnische Traditionen anstatt die Gebote Gottes. Danke Chris fürs Teilen, danke Lexa fürs Teilen. Da ist gerade ein bisschen Chaos draußen, ein paar Katzen schreien. Also lehnst du die Paulusbriefe einfach ab, soll das ein Witz sein? Ich glaube, du lehnst die Paulusbriefe ab. In Römer 2 heißt es, nicht der ist gerecht, der das Gesetz hört, sondern wer das Gesetz befolgt, soll gerechtfertigt werden. Ich glaube an die ganze Bibel, vom Buch Genesis bis zum Buch der Offenbarung. Verstehe, und was ist mit dem Bild 666? Was hat es damit auf sich? Ja, hier sind eigentlich zwei Dinge verankert. Einmal die Zahl des Tieres, das ist die Zahl 666, bezieht sich auf einen Menschen und dazu habe ich auch schon Videos gemacht, wie man das berechnet und dann auf die Zahl des falschen Propheten kommt. Das andere ist das Mahlzeichen des Tieres. Das Mahlzeichen des Tieres befindet sich auch auf der Hand oder auf der Stirn. Und es gibt nur ein Zeichen, was als Zeichen bezeichnet wird und in der Bibel, was man auch auf der Hand und auf der Stirn haben soll und das ist das Gesetz Gottes. Wer also an Jesus glaubt und an die Gebote Gottes gedenkt und sie hält und lehrt, der wird das Mahlzeichen niemals bekommen. Wer aber nicht an Jesus glaubt oder wer jetzt die Gesetzlosigkeit lehrt, wie einige gesetzlose Christen im Christentum, die sagen, Gesetz ist abgeschafft oder gilt nur für Israel, ja, die laufen Gefahr, das Mahlzeichen bekommen, weil sie das Mahlzeichen auf der Hand und auf der Stirn haben werden und eben nicht das Gesetz Gottes auf der Hand und auf der Stirn. Jesus war Jude, bist du auch Jude? Nein, ich bin kein Jude, ich bin Christ. Man muss kein Jude sein, um Christ zu sein. Aber das müsste eigentlich logisch und klar sein. Nein, ja, Paulus sagte, das Gesetz ist erfüllt, aber nicht abgeschafft. Jesus sagte auch, ich bin gekommen, um zu erfüllen, aber nicht aufzulösen. Jesus sagte, bis Himmel und Erde vergangen ist, wird kein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ist Himmel und Erde vergangen? Nein, also es kann Strichlein vom Gesetz vergangen. Und Jesus sagte, wer auch nur lehrt, dass auch nur ein Strichlein vom Gesetz vergeht, ja, der wird Konsequenzen spüren. Wer aber das Gesetz tut und lehrt, der wird groß sein im Reich der Himmel. Oh, wie geht's dem Alfie? Nix passiert, aber sehr hat er Angst oben. Oh, da war... Okay. Ja, bei uns, unseren Katzen, ist immer einiges los. Oh ja, jetzt kommt gerade mein Kater. Ich würde gerne ein Loop aussprechen dafür, wie du über deine Frau sprichst, da können viele was lernen. Ja, das stimmt. Mein Kater ist gerade bei mir vorne, den muss ich mal wegtun. so. Tut mir auch sehr leid, Alfie. Du Süßer. Aber danke für das Lob, freut mich natürlich. Danke auch für jeden, der... Also, ich kann mich nicht beschweren, das stimmt. Sag's nochmal. Ich kann mich nicht beschweren, das stimmt. Danke. Jetzt habe ich die Pistole auch wieder runtergenommen. Nein, Spaß. Ja, das ist doch schön zu hören. Ähm, ich kann mich übrigens auch nicht beschweren. Ach, das ist nett. Ne? Wir sind schon putzig. Schalom Gottes Segen, Anne, Annemi. Warum bist du nach Griechenland gezogen? Naja, Zypern ist kein Teil von Griechenland. Zypern ist eine Insel, ein eigenes Land für sich, gehört auch zur Europäischen Union. Das hat viele Gründe. In Deutschland geht ja alles bergrunter, bergab, sage ich mal. Und, ähm, wir wollten schon immer eigentlich auswandern, das heißt immer, seit ein paar Jahren. Und als ich dann zu Gott gebetet habe, welches Land, ich wollte ursprünglich mal nach Spanien, ähm, äh, da habe ich am Bibelferst gesehen, und zwar, Markus fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Und viele Apostel waren auf Zypern, Johannes, Paulus, Barnabas, Lazarus. Und viele Christen sind im Römischen Reich vor 2000 Jahren nach Zypern geflohen, als sie verfolgt wurden. Und, ähm, dann dachte ich mir, das machen wir auch. Und das haben wir noch nicht bereut. Freikirchler, ganz komische Personen, schreibt jemand. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, keine, nicht alle Katholiken, nicht alle Adventisten. Ähm, das machen die Arabur-Brüder, die sagen, alle Katholiken kommen in die Hölle. Aber wie gesagt, wer andere in die Hölle schickt, der ist mit einem Bein selbst in der Hölle, laut Jesus. Die Adventisten halten dasselbe, haben dasselbe Bibelverständnis wie du. Nein, das haben sie nicht. Sie halten nur den Sabbat, das ist die einzige Gemeinsamkeit. Denn Adventisten glauben ja an L.N.G. White, dass sie eine Prophetin ist. Aber das war sie nie und wird sie auch nie sein. Und deswegen gibt es da große Unterschiede. Wo steht, dass Paulus das Gesetz ungültig erklärt hat? Genau, das steht ja nirgends in der Bibel. Paulus hat gesagt, das Gerecht ist heilig, gerecht und gut. Ich habe Lust am Gesetz Gottes. Lest doch mal Römer 2. Da sagte Paulus nicht, die werden gerechtfertigt, welche das Gesetz hören, sondern welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Und wer die Gesetzlosigkeit lehrt, zu dem wird Jesus sagen, weicht von mir, ich kenne euch gar nicht, ihr Gesetzlosen. Und ihr seht das TikTok-Christentum hier, die sagen alle, du kommst in die Hölle, wenn du das Gesetz hältst. Und was sagt Jesus? Nee, du kommst in die Hölle, wenn du das Gesetz nicht hältst und die Gesetzlosigkeit lehrt. Wer hat Recht? TikTok-Christen oder Jesus? Tja, müsst ihr selbst entscheiden. Darf ich mal hochkommen? Warten wir kurz noch, ich gehe noch den Chat durch und wenn da nichts mehr kommt, dann können wir das gerne vielleicht noch machen. Du sagtest doch, du fragst Jesus, warum bist du noch kein Jude? Soll das ein Witz sein? Warum bist du noch kein Jude? Soll das wirklich ein Witz sein? Das kann doch nicht ernst gemeint sein, die Frage. Ich bin kein Jude, ich bin ein Heide. Und Heiden gehören aber auch zu Israel. Paulus sagte, ihr wart einst Heiden im Fleisch, aber in Christus Jesus gehört ihr zum Volk Israel. Ich bin kein Jude, aber ich bin geistiger Israelit. Das Gesetz hat nicht die Gesetzlosigkeit gelehrt. So ist es. Ja, was ist denn Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Ist Jesus für unsere Sünden gestorben, damit wir weiter sündigen sollen, einen Freifahrtschein haben? Tja, wie heißt es im Buch der Sprüche? Der Verstand der Gesetzlosen ist wenig wert. Und im Buch der Sprüche heißt es auch, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Deswegen, wenn gesetzlose Christen beten, einige zumindest, die übertreiben, deren Gebete sind in Gottes Ohren ein Gräuel. Genau, wir sind geistliche Israeliten im Stammbaum Israel eingepropft. Oh, wie nice, du bist auch hier Gold. Ja, ich bin auch hier. Du auch, Rob. Dann herzlich willkommen. Shalom. Am Kreuz stand Jesus, der König der Juden. Ja, und in der Bibel wird Jesus auch als König Israels bezeichnet. Jesus ist nicht der König des Ostereier-Christentums und der gesetzlosen Kirchen. Jesus ist der Gott Israels und der König Israels. Und als Christen gehören wir zu Israel und nicht zu einer Religion oder unzähligen Konfessionen. Die ganzen Konfessionen haben die Christen gespalten. Aber wo stehen denn Adventisten, Katholiken oder Baptisten, Lutheraner oder sonst was in der Bibel? Gott hat keine Religion, Gott hat keine Konfession, Gott hat ein Volk und möchte, dass wir seine Gebote halten. Kannst du mir das erklären, warum größer als er? Ja, der Vater ist größer als der Sohn. Das ist in jeder irdischen Familie so und auch in der himmlischen Familie. Sagst du deinem Vater, wenn du als Kind am Tisch gesessen hast zum Frühstück, hey Vater, bring mal den Müll raus. Ja, bei einigen Familien gibt es direkt auch falsch. Von daher, Jesus sagte immer, der Vater ist größer als ich, der Vater ist größer als alle, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Selbst im Buch der Offenbarung, als Jesus kein Mensch mehr war und verherrlichter Geistwesen war oder ist, sagte Jesus, ich werde euch zu Königin und Priester machen für meinen Gott und Vater. Das heißt, Jesus hat einen Gott, den Vater, Yahweh, und Gott, der Vater, hat keinen Gott, denn er ist der Allerhöchste. Jesus ist der Sohn des Allerhöchsten. Danke fürs Teilen nochmals, Jesus ist der Weg. Danke. Teilt und liked doch gerne mal den Livestream. Wir sind zwar nur eine kleine Herde hier, aber das macht ja nichts, wir können ja auch größer werden. Umso mehr Menschen erkennen, dass die Gebote Gottes gut sind und kein Fluch, umso besser ist es. Ja, Jesus sagte, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So ist das. Daran halten sich auch nicht alle Christen. Zum Beispiel Amir Arapu, der nennt mich, Wegereit, und alle Christen, die nicht glauben wie er, Teufelskinder, die in die Hölle kommen. Der hört sich an wie ein Dschihadist, muss ich wirklich mal ernsthaft sagen. Also der ist da, hat sich geistig nicht viel weiterentwickelt, seitdem er Moslem war. Wenn der Sabbat für die Menschen gemacht ist, warum halten sie ihn dann nicht? Traurig. So ist das. Warum sollen denn Menschen den Sabbat halten? Alle Menschen. Was alle Menschen auch tun werden im Königreich Gottes, laut Jesaja. Gott selbst hat sechs Tage Himmel und Erde und alles gemacht und am siebten Tag ruhte Gott nach seiner Schöpfung. Da gab es noch nicht mal Israel oder Juden. Und weil Gott am siebten Tag ruhte, sollen wir es auch machen. Kein Mensch in der Bibel hat am Sonntag geruht. Jesus hat nicht den Sonntag geheiligt, die Apostel nicht, die Propheten nicht, die Könige nicht, niemand, Gott nicht. Warum machen es die Christen? Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und weil die meisten Christen lieber ihren Kirchen, Pastoren folgen anstatt Jesus und der Bibel. Aber die Bibel sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber das ist vielen Christen egal. Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Wir und der Sabbat haben denselben Herrn. So ist es auch. Und Jesus sagt ja auch, der Sabbat wurde um das Menschenwillen geschaffen. Jesus hat nicht gesagt, der Sabbat wurde um das Judenwillen geschaffen, um Israelwillen, sondern um der Menschenwillen. Hallo und schönen guten Abend. Gott segne euch. Wie geht's euch? Hallo Lenora. Gottes Segen ebenfalls zurück. Och, ich würde sagen, uns geht's eigentlich ganz gut. Alles gechillt. Ich hab ein bisschen Hunger. Werd nach dem Stream direkt was essen. Hab heute drei Videos online gestellt auf TikTok. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da seht ihr mal, was im Christentum hier auf TikTok los ist. Jesus ist Gott, der Vater nennt Sohn Gott. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Jesus kam nicht mit einem neuen Gesetz, sondern er hat schon, er hat das Priestertum geändert, nicht das ganze Gesetz. Das Priestertum hat sich geändert von der Weise Aarons zur Weise Mechisedex. Das bedeutet, für uns gelten nicht mehr die Tempelgebote, wonach wir Tiere schlachten müssen und so weiter, weil Jesus ja das Name Gottes ist, das für unsere Sünden starb. Was ist denn die Liebe? Wer mich liebt, hält mein Gesetz, spricht der Herr. So ist es. Im ersten Johannesbrief heißt es, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Wer das nicht tun will und die Gesetzlosigkeit lernt, der hat keine Liebe zu Gott. Deswegen muss sich jeder fragen, wie sehr liebt Gott Amir? oder besser gefragt, wie sehr liebt Amir Gott, wenn er das nicht tut, was die Liebe zu Gott ausmacht? Muss jeder für sich selbst beantworten. Weißt du, was zufällig gemeint ist in der Offenbarung mit dem Buch, dass man nicht aufschreiben, nicht aufschreiben, dass man nicht aufschreiben, äh, meinst du das Buch des Lebens aufschreiben sollt? Wenn du das Buch des Lebens meinst, dazu kann ich dir was sagen. Oder meinst du das Buch mit den sieben Siegeln, das wird Jesus öffnen? Musst du mir sagen, welches Buch du genau meinst, Diki? Mit welcher Begründung nennt Amir euch Teufelskinder? Muss ja ein ganz schöner Streit sein. Ne, das ist kein Streit. Er hasst einfach Christen, die Gottes Gebote halten. Genau wie seinem Bruder Ereser und weil wir teilweise anders glauben als er. Aber das ist bei vielen Christen nun mal so. Aber deswegen, tja, wenn man so voller Hass ist, wundert einen das kein. Denn Jesus sagte, wegen der Gesetzlosigkeit wird die Liebe erkalten. Da er ja ein Gesetzloser ist, ist seine Liebe erkaltet. Das sieht man ja jeden Tag auf TikTok. Er kennt den Koran, aber nicht die Bibel und das ist ein Riesenunterschied und wird fatal sein. Anemi hält seit zwei Jahren in den Schabbat. Wunderbar, das freut mich. Erkläre, was Ruach bedeutet, ob neu im Neuen Testament der Heilige Geist bezeichnet wird. Der Heilige Geist ist in uns und soll uns in die ganze Wahrheit leiten. Deswegen sollen wir auch dafür beten, wenn wir die Bibel lesen, dass der Heilige Geist uns leitet, damit wir verstehen, was wir leiten, äh, was wir lesen. Aber der Heilige Geist ist nicht Gott. Gott wird angebetet. Niemand hat zum Heiligen Geist gebetet. bereits König David, heißt es, hat im Heiligen Geist zu Gott gebetet. Deswegen ist es eine Irrelehre zu behaupten, der Heilige Geist sei Gott. Ich habe einige Videos auf YouTube gemacht, könnt ihr euch ja mal anschauen auf was ist der Heilige Geist, wie bekommt man den Heiligen Geist und so weiter. Pinaculada, ich schaue alle deine Videos auf YouTube an, das freut mich doch. Seltsam von Amir, Alia, Pavlos, etc. Ja, Hassprediger, gesetzlose Irrelehrer, die bezeichnen jeden als Teufel, der nicht so glaubt wie sie. Und da kann ich nur sagen, das Mahlzeichen des Tieres, sie haben es zumindest teilweise. Wenn jetzt Antichrist kommen würde, hätten sie das Mahlzeichen aktiviert. Und das sieht man daran, das Mahlzeichen des Tieres ist auf der Hand und auf der Stirn. In der Bibel gibt es nur eine Sache, die wir auf der Hand und auf der Stirn haben sollen, nämlich das Gesetz Gottes. Sie sagen, das Gesetz ist abgeschafft, also wären sie Anwärter auf das Mahlzeichen. Deswegen, wer denen glaubt, der wird auch das Mahlzeichen bekommen, wenn sie nicht Buße tun und die Gesetzlosigkeit tun und lehren. Und Mahlzeichen heißt Hölle für immer. Also für immer dann ausgelöscht. Das will ich nicht. Ich wünsche mir, dass auch Amir Reza Pavlos und wie die alle heißen, dass sie Buße tun, umkehren, die Gebote Gottes halten und nicht das Mahlzeichen bekommen und nicht im Feuer sie landen. Das würde ich mir wünschen. Aber wenn sie nicht Buße tun, dann werden sie ernten, was sie gesät haben. Und da sind sie selbst schuld. Und da habe ich auch kein Mitleid. Schalom Noah, Gottes Segen, grüß dich. Der mit, wieso seid ihr keine Juden? Ich glaube, der gibt ein Phantasialand. Tschüssi Kowski. Kannst ja nach Jerusalem. Fast alle arbeiten noch daran. Was sagst du zu Silvester feiern, Markus? Fragt Noah. Silvester geht zurück auf Papst Silvester. Ich glaube, dritte Jahrhundert oder sowas. Oder ein bisschen später. Der ist gestorben am 31. Dezember. Daraufhin geht auch der Name Silvester zurück. Aber es war bereits Cäsar, der im Jahr 48 vor Christus eingeführt hat, dass am 1. Januar das neue Jahr beginnt. Aber laut dem zweiten Buch Mose feiern wir das neue Jahr nicht am 1. Januar, sondern am 1. Abib, am 1. Nisan. Das ist im März, April. Das heißt im Frühling. Nicht im kalten Winter, wenn alles kalt und dunkel ist, sondern wenn das Leben wieder beginnt zu blühen, wenn es warm wieder wird, die Pflanzen wieder wachsen, dann beginnt ein neues Jahr. Ist ja auch logisch. Deswegen feiern wir kein Silvester und es gibt auch kein neues Jahr morgen. Das, was wie Honig schmeckt, aber schwer im Magen liegt. Ah, ich weiß, was du meinst. Aber schwer im Magen liegt. Das hat auch Hesekiel. Genau dasselbe trifft auch auf Hesekiel zu. Es steht in der Bibel, also es gibt ja zwei Endzeitpropheten. Über die habe ich Videos gemacht, wer das ist. Ich sage schon mal, wer das hier ist, ohne jetzt große Predigt darüber zu halten. Da könnt ihr euch meine Videos auf YouTube anschauen. Ich glaube, die zwei Endzeitpropheten sind Hesekiel und Johannes. Jesus sagte zum Beispiel, wenn ich will, dass Johannes bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Also Johannes wird auch weiter prophezeien. Im Buch der Offenbarung wird er einer der Zweinzeitpropheten sein, so wie Hesekiel. Die beiden haben einiges gemeinsam. Die beiden sind die einzigen, die bereits den dritten Tempel gesehen haben und die Maaßen zum dritten Tempel. Und die beiden werden prophezeien, aber das, was sie prophezeien und weiß sagen, das wird schwer zu verdauen für viele Menschen und deswegen werden die Zweinzeitpropheten auch sterben und der Antichrist wird sie dann töten. Aber mehr dazu auf YouTube in den Videos. Die meisten sagen, die Geboten wurde dem Volk Israel gegeben. Weiß nicht, was das soll. Noah, schau dir mein vorletztes Video an oder mein letztes Video. Ich habe heute drei Videos auf TikTok hochgeladen. Schau dir am besten alle drei neuen Videos an. Da wirst du sehen, dass die Gebote Gottes für alle Menschen gelten und Christen gehören zu Israel. Paulus sagte, ihr wart einst heiden im Fleisch, jetzt aber durch Jesus seid ihr zum Volk Israel gehörig. Wir sind Bürger Israels, geistig gesehen. Buch der Offenbarung, was die sieben Donner geredet haben, schreibe nicht auf, das meine ich die Person im Chat. Sieben Donner da wüsste ich jetzt nichts dazu zu sagen. Dankeschön, mir geht's gut. Ich freue mich, dass Gott dich geschickt hat. Oh, vielen Dank. Ich freue mich, ich bin natürlich Gott dankbar, dass ich seit fast 20 Jahren das Wort Gottes verkündigen darf. Das ist natürlich auch eine Gnade und Gott sei Dank. Für Jesus, dass wir sprechen und hören, das freut mich sehr. Danke für die Rose. Pinaculada. Was ist, wenn ich zwischendurch schwarze Schatten sehe? Ich erschrecke mich. Was wäre das? Ich kann das nicht beurteilen, die Schatten, aber Dämonen gibt es. Also, diese unreinen Geiste existieren auf jeden Fall, aber Jesus sagt, in meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. Ich würde in Jesu Namen beten, dass die Schatten verschwinden und mit Gottes Hilfe wird das dann auch der Fall sein. Also ist Silvester auch nichts für uns Christen. Richtig, niemand in der Bibel hat Silvester gefeiert, weil das neue Jahr beginnt im März, April, am 1. Nisan und nicht am 1. Januar. Das geht zurück auf Cäsar. Er hat das 48 vor Christus geändert. Genauso Weihnachten, Ostern, Sonntagsheiligung, Schweinefleisch essen. Das sind alles Sünden, Götzendienst. Danke auf jeden Fall. Jesus ist der Weg, dass du immer die Videos, den Livestream gerade fleißig teilst. Ich denke, dir brennen schon die Finger wahrscheinlich. Was ist mit Jeremia? Ja, ist einer der großen Propheten. Es gibt ja kleine Propheten und große Propheten. Die kleinen Propheten, so werden sie bezeichnet, weil das nur wenige Seiten sind. Wie zum Beispiel, wen gibt es denn da? Micha. Aber es gibt große Propheten wie Jesaja und Jeremia ist auch ein großer Prophet, aber nicht der Endzeit-Prophet aus meiner Sicht. Wir werden Hesekne und Johannes auferstehen. Entweder hat Gott sie bewahrt, übernatürlich, dass sie noch leben, oder sie werden noch auferstehen, wenn sie weissagen werden. Vielleicht in einem Dauerschlaf, das weiß ich jetzt nicht, aber das wird geschehen. Laut Bibel wird ja auch der Antichrist von den Toten auferstehen. Im Buch der Offenbarung heißt es, eine Todeswunde wird geheilt. Wie kann Satan tote Menschen auferstehen lassen? Im Buch der Könige heißt es, dass wenn Menschen die Gebeine eines Propheten Gottes berühren, können Menschen auferweckt werden. Deswegen heißt es im Judasbrief, dass Satan die Gebeine von Moses hat. Was will Satan mit den Gebeinen von Moses? Den Antichristen auferwecken. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Wir Heiden sind eingepropft im Volk Israel. So ist das. Natürlich nicht im Staat Israel, im Nahen Osten. Das ist das Haus Judah. Wir gehören zum Haus Israel. Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und zu dem Volk gehören wir. Dämonen sah meine Frau auch. Ja, durch den Glauben an Jesus in Jesu Namen kann man diese Dämonen auch verschwinden lassen. Ich selbst habe keine Erfahrung mit Dämonen gesammelt, habe sie nie gesehen, deswegen habe ich da auch wenig zu berichten. Neujahrsfest ist ein Fest, denn für Gott Janus, ein Götze mit zwei Gesichtern. Das stimmt. Da habe ich gestern auf YouTube ein Video hochgeladen. Auf meinem Kanal InsideNewsMCM Wann laut Bibel das neue Jahr beginnt, da bin ich auch auf diesen Gott Janus eingegangen. Daher kommt auch der Name Januar. Danke, dass Herr Schen dich gebraucht, dass du die Wahrheit nach außen bringst. Ja, Gott sei Dank. Ich bin auch dankbar. Danke auch für das Feedback. Shalom Bruder, Markus Gottes Segen. Shalom, Vater Yahweh und Jeschua der Sohn. Liebe Grüße zurück. Danke fürs Teilen. Danke für alle, die dem Kanal folgen. Falls ihr das noch nicht getan habt, holt das gerne nach. Würde mich freuen. Ah ja, diesen Typen beenden wir hier auch mal hier bei dem das Gespräch. So. Und hat nicht Erzegel Michael und die Gebeine von Moses gekämpft? Ja, das stimmt, laut Judas, aber Satan hat sie letztendlich erhalten. Free Palestine. Ja, Free Palestine from Hamas. Ne? Möge Israel die Hamas-Terroristen beseitigen, ein für alle Mal. Das wäre positiv. Schauen wir mal, falls ihr noch Fragen habt über Gott und die Welt, dann könnt ihr sie gerne stellen noch im Chat. Teilt und liked doch gerne mal den Livestream und das würde mich freuen. Folgt auch gerne dem Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und nochmal zum Sabbat. Das ist die Frage hier auch im Livestream gewesen, die ich gestellt habe. Müssen Christen auch den Sabbat halten? Die Antwort ist eindeutig ja. Jesus sagte, er ist der Herr des Sabbats und Jesus sagte, der Sabbat ist um das Menschenwillen geschaffen, nicht nur für Juden oder Israel. Als Christen gehören wir sowieso zu Israel, zum Volk Gottes. Deswegen gehören für uns auch die Gebote dazu, die Gott Israel gegeben hat. Denken wir dran, in Jesaja steht, dass alle Menschen im Königreich Gottes den Sabbat halten werden. Denken wir dran, dass Gott am Sabbat ruhte nach seiner Schöpfung. Im Anfang, da gab es noch kein Israel. Und denken wir dran, dass das vierte Gebot Gottes der zehn Gebote das längste Gebot aller Gebote ist. Und sogar das Vieh soll am Sabbat ruhen. Wenn sogar das Vieh ruhen soll, wie viel mehr dann das Volk Gottes, wir Christen. So, Herr Schem, dich segnen, dass du noch viele weitere Jahre noch mehr Menschen zu Wahrheit führst. Ja, da sage ich Amen, so sei es. Genau, Michael sagt nur, der Herr strafe dich. Ja, Satan wird auch bestraft für alles, was er getan hat im Feuersee. Er wird ja erstmal tausend Jahre eingesperrt und dann kommt er in den Feuersee. Wie lange war Jesus am Kreuz? Das weiß ich jetzt nicht genau, wie viele Stunden. Das steht aber, glaube ich, in der Bibel genauer drin, habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Markus, egal was Amir von Irrler ist, was er mit dem Islam macht, ist Weltklasse. Ich sag ja, über den Islam kennt er sich gut aus, nur von der Bibel hat er leider nicht so viel Ahnung und da ist die Frage, was ist wichtiger? Ja, das ist die Frage. Man sagt drei Jahre. Was drei Jahre? Jesus war nicht drei Jahre am Kreuz. Das ist ja, das ist natürlich Käse aus meiner Sicht. Bist du gläubig, damit du keine Verantwortung für dein bisheriges Leben haben musst? Nee, ich würde mich vor Gott verantworten müssen im Gericht des Allmächtigen, wenn ich nicht gläubig wäre. Ungläubige müssen sich verantworten vor Gott. Was sagt die Bibel über Ungläubige? Deren Nare glaubt in seinem Herzen, dass es keinen Gott gibt. Die Bibel sagt, die Gottlosigkeit ist dumm. Wortwörtlich. Das heißt, wer glaubt, er ist nicht mehr als ein weiterentwickelter moderner Affe und glaubt an die Evolutionstheorie, Gott sagt, das sind sehr dumme Menschen. Oder wer glaubt an den Urknall aus dem Nichts, im Anfang war das Nichts. Dann ist es explodiert und schlupst die Wupps war alles da aus dem Nichts. Ja. Das macht ja voll Sinn, gell? Von Nichts kommt nichts, aber von Nichts kommt auf einmal alles. Aus dem Käse. Aufwachen, liebe Freunde der Nacht. Vier bis fünf Stunden, circa zwölf Uhr nach Mitternacht. Ich kann es nicht bestätigen, aber wenn du das sagst, muss man halt in der Bibel gucken. Ich bin hier, um klarzumachen, dass der Sadanismus respektiert werden muss. Ich sag dir, nee, ich respektiere keinen Sadanismus. Ne, ist ja logisch. Was soll ich Sadanismus respektieren? Geht's noch da oben im Oberstübchen, oder wie? Allah hat keinen Sohn, deswegen ist es nicht Yahweh. So ist es. Im Gegenteil sogar. In Surah 9, Vers 30 heißt es, die Christen sagen, der Messias ist Allahs Sohn, Allahs Fluch über sie. Was heißt es über den Antichristen? Wer den Sohn Gottes leugnet, ist ein Antichrist. Weiß der Scheitan eigentlich, dass seine Zeit abgelaufen ist oder ablaufen wird? Ja, das weiß er. Im Buch der Offenbarung heißt es, und der Teufel weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat und deswegen ist sein Zorn so groß. Deswegen wird er so viele ins Verderben, in den Feuersee ziehen, wie es geht. Durch den Antichristen, durch die Hore Babylon, durch den falschen Propheten, durch das Mahlzeichen, durch das Bild des Tieres und so weiter. In der Bibel steht, dass Frieden auf der ganzen Welt ausgesprochen wird. Dann kommt Jesus. Ja, ein falscher Frieden. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, so kommt das Verderben über sie, wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Dein Gott ist aber so unhöflich. Oh mein Gott, ist wundervoll. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott ist Liebe, heißt es. Und wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Die Frage ist, sollen wir auch Satanismus lieben? Die Bibel sagt nein. Nur die Erdbestattung als christliche Bestattung bezeichnen? Also ich kenne jetzt niemanden, der sich verbrennen hat lassen in der Bibel, außer ein König des Hauses Israels, der hieß Simri, der hat sich selbst verbrannt und das war Sünde. Und deswegen, das erinnert mich, wenn man sich selbst verbrennen lässt, irgendwann in den Feuersee. Deswegen würde ich mich nicht verbrennen lassen. Aber das ist nur mein Stand des Glaubens. Satan existiert von Gott, sonst lange abgeschaffte Gut und der Satan ist von Gott. Gott hat nicht das Böse erschaffen, auch nicht Satan. Gott schuf den gefallenen Engel Lucifer, der dann gegen Gott rebellierte. Das ist was anderes. Stimmt es, dass man ewig brennen wird? Nein, man wird ausgelöscht wie Asche und hört dann auf zu existieren. Niemand brennt ewig in der Hölle außer Satan und seine Dämonen, weil die Menschen werden ja bei der Auferstehung dann auch zu Fleisch und Blut auferstehen, die Ungläubigen. Wer ist das kleine Horn aus Daniel? Das ist der Antichrist. Das letzte Reich ist das Reich des Antichristen. Ja, nach dem Reich des Antichristen, der sieben Jahre als König Israels regieren wird, kommt der wahre König Israels, nämlich Jesus Christus. So ist das. So, wir sind unten angekommen. Das heißt, wenn jemand möchte, kann er gerne den Livestream teilen, liken, den Kanal folgen, damit ihr nichts verpasst. Was macht der Antichrist? Ja, der Antichrist wird Götzendienst betreiben, wird sich in den Tempel Gottes begeben als ein Gott, sich selbst als Gott feiern lassen, wird die Christen verfolgen und vernichten, wird versuchen, die Welt zu regieren, ähnlich wie Hitler es auch getan hat. Und er wird Macht bekommen über alle Nationen, Sprachen und Völker. Und wer ihm folgt und das Mahlzeichen annimmt, auf der Hand und auf der Stirn, der ist verloren. Und deswegen ist es so wichtig, zu erkennen, was das Mahlzeichen ist. Die Ungläubigen werden zu Fleisch und Blut auferstehen, kannst du das entweder erläutern. Es gibt zwei Auferstehungen, zwar laut Bibel. Bei der ersten Auferstehung, die geschieht, wenn Jesus zurückkommt. Da werden nur die Geläubigen auferstehen und mit Jesus regieren, als ewig lebendige Geistwesen. Die zweite Auferstehung geschieht nach dem tausendjährigen Königreich Gottes. Da werden die Ungläubigen auferstehen und dann wird Jesus über die auch wieder Gericht halten und diese werden zu Fleisch und Blut auferstehen. Einige werden auch von denen verbandelt werden, die Gott Jesus als würdig erachtet und die kommen auch ins Reich Gottes, auf die neue Erde. Aber die Ungläubigen, wo Jesus sagt, nein, weicht von mir, die kommen in den Feuersee und die werden dann verbrannt, ausgelöscht zur Asche. War an deinem Livestream Biblionärin. Ach, du warst das. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch im Nachhinein. Ja, vielleicht machen wir irgendwann wieder so ein biblisches Kreuzwort, Rätsel. Ist das nicht das Papsttum? Ja, viele glauben, der Papst sei der Antichrist. Ich glaube das nicht, weil die Bibel sagt ja im Buch Ezekiel, was der Antichrist sein wird, nämlich ein König Israels. Emsem, ich bin Katholik. Was sagst du zu Katholik und Orthodoxie? Ja, ich bin kein Katholik, auch nicht orthodox. Ich betrachte sie trotzdem als meine Geschwister, aber ich teile natürlich viele Lehren nicht dieser Kirchen. Wie kann man Überzeugung im Glauben erfahren? Naja, studiere mal die Prophezeiungen, wie du, wenn du siehst, was sich alles erfüllt hat und was sich erfüllt vor unseren Augen und noch erfüllen wird, das kann den Glauben stärken, Bibelesen allgemein. Ich glaube nicht, dass Elon Musk der Antichrist ist, aber wir werden es ja vielleicht sehen, wer weiß. Wenn seit 2007 dabei alles stimmt, können die Christen den Tempel des Antichristen verhindern? Nein. Man kann nichts verhindern, was Gott prophezeit hat. Man kann auch nicht das Mahlzeichen des Tieres verhindern oder das Auftreten des Antichristen, denn alles, was Gott in der Bibel prophezeit hat, wird sich erfüllen, jeder Buchstabe. Das kann man nicht verhindern. Man kann verhindern, dass man selbst dem Antichristen folgt, das Mahlzeichen bekommt, aber gewisse Dinge lässt sich nicht verhindern. Ich würde gerne wissen, wer die 144.000 sind. Was sagst du dazu? Da steht ja auch in der Bibel, 144.000, das sind jeweils 12.000 aus den zwölf Stämmen Israels. Israel hat zwölf Stämme. Gad, Ruben, Nachtali und so weiter, Judah. Und zehn Stämme sind ja noch in der Zerstreuung, die kommen noch zurück. Die will der Antichrist erobern, deswegen hat er zehn Könige auf dem Bauch. Und die 144.000 sind also die Stämme Israels, die zwölf Stämme, aber das sind ja nicht die einzigen, die gerettet werden, denn nach diesen Versen, wo es um die 144.000 geht, heißt es, und ich sah eine große Schar, die niemand sehen konnte, und die werden auch gerettet aus Einsprachen und Stämmen und Nationen. Die Zeugen Jehovas glauben, sie seien die 144.000, aber Sekten erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Was ist das Zeichen des Kreuzes in der Endzeit? Du meinst den Gräuel der Verwüstung. Auch darüber habe ich viele Videos gemacht auf YouTube. Es lohnt sich, auf YouTube auf dem Kanal Endzeit Reporter mal rauf zu gehen. Da habe ich eine Serie, das Buch der Offenbarung, 20 Teile. Da bin ich auf alles eingegangen. Antichrist, Malzeichen, Gräuel der Verwüstung. Kurz zusammengefasst, das Gräuel der Verwüstung ist ein Götzenbild, das der Antichrist im oder neben dem dritten Tempel aufstellen lassen wird. Das gab es teilweise schon im alten Israel und das wird es wieder geben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wo wird der Tempel gebaut und von wem wird er gebaut? Der Tempel wird in Israel sein und es gibt zwei Auslegungen. Einige glauben, dieser dritte Tempel kommt vom Himmel auf die Erde, wie das neue Jerusalem und andere sagen, der dritte Tempel wird gebaut. Von wem er gebaut wird, ist ein Fragezeichen. Wenn er denn gebaut wird, das weiß ich nicht. Es gibt eine Auslegung, die sagt, derjenige, der den Tempel zerstört hat, den zweiten Tempel, 70 nach Christus, muss ihn wieder aufbauen. Wer hat den zweiten Tempel zerstört? Das war das Römische Reich. Man könnte sagen, heute die Europäische Union. Das heißt, die müssen dann den Tempel wieder aufbauen. Also da kann sich Deutschland auch wieder am Aufbau von dem Tempel beteiligen, so wie man alles aufbaut irgendwie im Ausland. Was sagst du zum Davidstern satanisch? Auch darüber habe ich ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Ist der Davidstern okkult oder ist er biblisch? Der Davidstern an sich, es kommt drauf an, was man daraus macht. Ich weiß, Freimaurer benutzen den Davidstern, aber an sich ist das nichts okkultes. Man sieht zum Beispiel den Granatapfel, wenn er aufgeht, die Blüte sieht er genau aus wie ein Davidstern. Ist jetzt der Granatapfel okkult? Ich glaube nicht. Und dass Israel den Davidstern als Logo gewählt hat, liegt am Holocaust und im Zweiten Weltkrieg. Die wollten damit deutlich machen, wir haben das überlebt. Deswegen verstehe ich die Juden, dass sie dieses Zeichen der Unterdrückung als Zeichen auf ihrer Flagge gewählt haben. Meinst du Israel wird vernichtet? Nein. Israel wird auch noch Kriege miterleben und auch ein Erdbeben laut dem Buch der Offenbarung. Aber Israel wird nicht vernichtet, sondern was zerstört wird, wird wieder aufgebaut im Königreich Gottes. Warum akzeptieren die Juden Jesus als den Messias nicht? Nun, Pinakulada, du kennst doch die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Als die Israeliten, die, nochmal kurz zusammengefasst, die Brüder von Josef, also Jakobs Söhne, haben Josef verkauft an die Ägypter. Letztendlich. Und die Brüder von Josef, also Israel, kamen dann nach Ägypten. Beim ersten Mal haben sie Josef nicht erkannt. Beim zweiten Mal sagte Josef, ich bin Josef, den ihr verkauft habt. Dann haben sie ihn erkannt. So wird es bei den Juden sein. Im Buch Saharia heißt es, Gott wird ausgeießen den Geist der Gnade und des Gebets auch über die Juden, über die Einwohner Jerusalems und sie werden auf mich sehen, die ihn südurchstochen haben und sie werden klagen, wie man klagt, um den Eingeborenen. Sohn. Zufälligerweise heißt der Stiefvater von Jesus Josef. Und warum glauben die Juden nicht an Jesus? Nun, was haben die Christen denn aus Jesus gemacht? Weihnachtsmann, Osterhase, Sonnenscheiben auf den Bildern. In der Bibel im Neuen Testament heißt es, es ist eine unehre für einen Mann, wenn er lange Haare hat. Jesus wird mit langen Haaren dargestellt. Kein Christ, kaum ein Christ hält den Sabbat. Aber es ist logisch, dass Jesus den Sabbat hält und immer halten wird, auch wenn er wiederkommt. Und die Christen sind schuld, dass die Juden ihn nicht erkannt haben. Ist es schlimm, wenn der Tempel gebaut wird? Nein, das ist nicht schlimm. Das ist ja der Tempel Gottes. Deswegen ist es ja eine Gotteslästerung, wenn der Antichrist im Tempel Gottes sich als Gott ausgibt. Der Tempel Gottes, der dritte Tempel, ist ja kein satanischer Tempel. Shalom, Yahu is one, Gottes Segen. Hat man ein Buddhist eine Chance auf Paradies? Also, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Nicht Buddha ist der Weg ins Reich Gottes, nur Jesus. Wann wird Jesus kommen? Kann man das ungefähr abschätzen? Zehn oder tausend Jahre? Nun, ich glaube im Jahr sechstausend, wenn laut biblischem Kalender, nicht laut jüdischem Kalender, die sechstausend Jahre abgelaufen sind. Wir leben im Jahr biblisch gesehen fünftausend neunhundert und ein paar zerquetschte. Das heißt, ich denke, es wird noch ein paar Jahrzehnte dauern. Nicht ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, aber das genaue Jahr, das weiß ich auch nicht. Peter fragt, feierst du Silvester? Nein. Das neue Jahr beginnt nicht am 1. Januar, laut Bibel, sondern im März, April am 1. Nisan, 1. Abib und das ist März, April im Frühling. Ja, die Christen. Die Christen haben aus Jesus einen Heiden gemacht, eine Art Sonnengott fast teilweise. Die haben alle Gebote abgeschafft, aber deswegen ist es auch schwer an Juden zu vermitteln, dass Jesus der Messias ist, weil sie glauben ja, Jesus hat Weihnachten gefeiert, hat Ostern gefeiert, weil Juden lesen ja nicht das Neue Testament. Und das ist das Problem. Jede Religion sagt, dass er der wahre Weg ist. Das stimmt, Peter, aber es gibt keine wahre Religion. Das Christentum ist auch nicht die wahre Religion, weil Gott keine Religion hat. Das Christentum ist eine Religion. Zum Christentum gehört Weihnachtsmann Osterhase und ist natürlich heidnischer Blödsinn. Die Juden haben Jesus schon vorher abgelehnt. Das stimmt natürlich, aber sie hätten ihn ja nachher annehmen können. Sie hatten 2000 Jahre Zeit, aber wir sehen ja was aus dem Christentum, was das Christentum aus Jesus gemacht hat. Dreieinigkeit zum Beispiel. Ja, daran glaubt kein Jude. Ist ja auch logisch. Ist es falsch, wenn man sich Jesus mit langen Haaren und langem Bart vorstellt? Mit langen Haaren würde ich mir nicht vorstellen, aber mit Bart schon. Glaubst du an die Gottheit Jesu? Ja, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Fleisch. Jesus wurde Fleisch. Thomas sagte, mein Herr und mein Gott. Thomas hat es bestätigt. Ich glaube aber, dass der Vater größer ist als Jesus und das glauben alle, die an eine Dreinigkeit ohne Hierarchie glauben, nicht. Shalom im Sem. Shalom, die Liebe gewinnt immer. Stimmt, Menschen haben Religion gemacht, es war nicht Gott. Aber du bist ja der Weg in die Hölle. Hä? Aber du bist ja der Weg in die Hölle. Was ist denn das für eine Aussage? Gut, der möchte auch Tschüss sagen. Wohin fliehen Christen, nachdem der Antichrist auftaucht? Laut Bibel gibt es einen Schutzort für die letzten dreieinhalb Jahre, der sieben Jahre Drangsaal. Und da werden wir sein. Das wird als Wüste der Völker bezeichnet. Wo das ist, das weiß ich nicht. Aber Gott weiß es und wird es uns offenbaren. Das stimmt natürlich. Nicht alle Juden haben ihn abgelehnt. Die ersten Christen waren alles Juden. Alle Apostel waren Juden. Das stimmt. Danke fürs Teil des Livestreams. Ja, wir sind unten angekommen. Das heißt, wenn ihr möchtet, dass wir noch ein paar Minuten online bleiben, dann teilt und liked doch gerne mal den Livestream. Beziehungsweise vor allem teilen. Und dann schauen wir mal. Ist das nicht künstlerische Freiheit? Man erkennt aber immer Bilder, dass Jesus ist. Ja, und was sagt die Bibel? Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Und wenn Jesus ja doch Gott ist, für die meisten Christen auch, warum macht man sich dann Bilder von Jesus auch noch mit langen Haaren, was er gar nicht hatte? Woher weiß man denn, wie Jesus aussah? Gibt es da irgendwie ein Polaroid-Foto? Nee. Das gibt es nicht. Man fing ja gelüht schon. Ja, vielen Dank fürs Teilen, Liken, Fragen und so weiter und so fort. Ja, die meisten stellen sich Jesus als langhaarigen Hippie vor. Das stimmt. Vielen Dank auch für die Rosen und Geschenke. Viele haben Träume und Visionen. Das stimmt. Das wird auch prophezeit, dass am Ende der Zeit die Menschen Träume und Visionen haben. Mögen sie in den Träumen und Visionen Erkenntnis, die Gebote zu halten sind. Danke, Pinaculada, für die 22 Rosen. Sabbat ist der Tag des Herrn, so steht es auch geschrieben. In der Tat. Steht geschrieben, wie die Kleidung aussieht. Nun, der Mann soll keine Frauenkleider tragen und die Frau keine Männer-Sachen. Aber da gibt es viele Diskussionen auch darüber. So, ja. Habt ihr denn Vorsätze fürs neue Jahr? Ich denke, alles kann besser werden mit Gottes Hilfe. Und alles wird besser werden nach der Endzeit, wenn Jesus wiederkommt. Denn ich sage ja immer wieder, was auch Jesus sagte. Jesus zitierte in Matthäus 24 unter anderem, sagte Jesus, dass die Endzeit wie die Wehen einer schwangeren Frau ist. Wenn die Frau schwanger ist, werden die Wehen immer schlimmer, die Schmerzen mehr größer. Doch wenn das Kind da ist, alles super. Und man hat die Schmerzen vergessen. So ist es mit der Endzeit. Alles wird schlimmer, gesetzloser, antichristlicher, satanischer, gottloser. Aber wenn Jesus kommt und das Königreich beginnt, dann hat man das alles vergessen. Dann wird man nur noch an die schönen Zeiten erinnern, die kommen im Königreich Gottes und niemand wird sich mehr an die schlimmen Zeiten erinnern, die in der Endzeit waren. Eine ernste Frage. Glauben Christen? Bibel ist eine flache Erde. Es gibt Christen, die das glauben. Ich bin kein Flacherdler. Aber die Welt ist so verrückt, mich würde das sogar gar nicht wundern. Die Nasa kommt vom Wort Naschem oder Nascha und das heißt Lüge und Betrug. Und wer weiß, ob das alles so echt ist. Aber ich weiß es natürlich nicht. Passagöt ebenso gefeiert. Ja. Jesus sagt im Neuen Testament, mich hat herzlich verlangt, mit euch das Passagfest zu feiern. Auch das Laupettenfest. Im Alten Testament heißt es über das Königreich Gottes, dass alle Völker der Erde nach Jerusalem pilgern, um das Laupettenfest zu feiern. Ja, ich wette schon lange, dass der Vater mir das Rauchen wegnimmt. Ja, Gebete haben Macht, heißt es, wenn sie von gerechten Menschen kommen. Das heißt, im Buch Sprüche steht, das Gebet eines Gesetzlosen ist wenig wert. Christen, die glauben, das Gesetz ist abgeschafft. Ja, dass da die Gebete nicht so erhört werden, wie sie erhört werden könnten, verstehe ich laut Bibel. Heißt es, kein Mensch hat Gott je gesehen. Jesus sagte, niemand hat den Vater gesehen, außer der Menschensohn, der beim Vater ist. Das heißt, stimmt, kein Mensch hat jemals den himmlischen Vater gesehen. Die Person, die die Menschen im Alten Testament gesehen haben, das war Jesus in seiner verherrlichten, präexistenten Form. Deswegen sagte Jesus, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Denn Jesus lebte, ehe die Welt war. Alles wurde durch Jesus erschaffen. Sonne, Mond und Sterne, Engel, Tiere, Menschen, alles. So, steht hier dann irgendwo, wie lange wir es schon online sind? Ich weiß es gar nicht. Wer ist Jesus für dich, wenn er lebte, ehe die Welt war? Ja, was soll er denn sein? Jesus ist mein Herr, mein König. Kein Problem zu sagen, Jesus ist mein Gott. Aber ich weiß, dass ich laut Jesus nur zum Vater bete, im Jesu Namen. Schabbat, Schalom, Jesus. Ich glaube zwar nicht, dass wir heute Schabbat haben, aber Schalom, auf jeden Fall. Glaubst du an die Dreinigkeit? Nein, daran hat auch niemand in der Bibel geglaubt. Und ich halte mich nur an die Bibel. Ich halte mich an die Gebote, an den Schabbat, trage Kopfbedeckung, beim Beten bin ich gesetzlos. Dich, das habe ich auch gar nicht gemeint, über dich. Also ich hoffe, du hast dich da nicht angesprochen gefühlt. Dich habe ich nicht gemeint, aber hört sich doch sehr gut an. So. Also, weil das Jahr zu Ende geht und ich nicht weiß, ob hier auch einige drin sind, die mich auch von TikTok-Zeit, äh Quatsch schon, auf YouTube-Zeit kennen, möchte ich noch mal Danke sagen an jeden Christen, der mich auch dieses Jahr 2023 unterstützt hat, der meine Arbeit unterstützt hat, vor allem auf YouTube. Ich bin ja noch relativ neu, sage ich mal, auf TikTok. Werde auch nächstes Jahr öfters auf TikTok live gehen, auch Videos machen, hier auf TikTok. Aber an alle, diejenigen, die meine Arbeit wertschätzen, unterstützen und auch liken, teilen und so weiter, da bedanke ich mich ganz herzlich bei jedem Einzelnen bei euch und freue mich dann auf eine gesegnete Zeit nächstes Jahr, wenn wir weiterhin versuchen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Mit Gottes Hilfe werden wir das schaffen, denn Jesus sagte, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Also auch wenn einige glauben, es ist unmöglich, dass Ami Arapu zu den Geboten Gottes kommt, ich sage, bei Gott ist es möglich, wenn er Buße tut und umkehrt. Dafür kann man auch beten. Gottes Segen, ihr könntest mir erklären, wieso Moslems sagen, dass Jesus einen Sohn-Gott sein sollte, Sonnen-Gott sein sollte. Nee, dafür gibt es kein, dafür, das weiß auch nicht, warum Mosleme das glauben. Jesus ist kein Sonnen-Gott, der Typ hat dann zu viel Zeitgeist gesehen. Die Sonne wurde erschaffen durch Jesus. Alles wurde erschaffen durch Jesus im Auftrag des Vaters. Ach, ist doch schön, dass du hier bist. Danke, schreibt Mel. Ja, schön, dass ihr auch hier seid. Ich freue mich auch. Ja klar, seit zehn Jahren. Wow, Mirkos ist seit zehn Jahren dabei. So lange bist du noch nicht bei mir dabei, gell? Noch nicht. Noch nicht. Ja. Hab Brüder getroffen, die kann Schweine essen. Was denkst du darüber? Ja, das ist hervorragend. Schweine sind unreine Tiere, die darf man nicht essen, laut Bibel. Auch Christen dürfen kein Schweinefleisch essen. Da haben Juden und Muslime, was das angeht, auf jeden Fall recht. Nies mal Jesaja 65 und Jesaja 66, die zwei letzten Kapitel des Buches Jesaja. Und da wirst du sehen, was Gott mit Menschen in der Endzeit macht, die Schweinefleisch essen. Ui, 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 sage ich da nur. Hallo Lisa, Gottes Segen. Wie ist es gemeint, Sabbat für Christen? Dino Condor, da ist jemand neu dazugestoßen, erkläre ich dir gerne nochmal und zum zwölften Mal wahrscheinlich in diesem Livestream. Geduld ist eine Tugend von mir, Gott sei Dank. Der Sabbat, da genommen einige Christen, der Sabbat wurde abgeschafft oder gilt nur für Israel. Aber Jesus sagte, er ist der Herr des Sabbats und der Sabbat wurde für den Menschen gemacht. Christen sind auch Menschen, also müssen sie den Sabbat halten. Im Königreich Gottes werden alle Menschen laut Jesaja den Sabbat halten und der Sabbat ist das vierte ewige Gebot für alle Menschen. Sogar das Vieh soll den Sabbat halten, also ruhen an diesem Tag und wenn selbst das Vieh den Sabbat heilig halten soll, wie viel mehr dann wir Christen. Alle Apostel haben den Sabbat gehalten, nur nicht die gesetzlosen Christen, weil sie glauben, der Sabbat sei nur für Israel oder abgeschafft. Warum soll man den Sabbat halten? Weil Gott ruhte nach seiner Schöpfung am siebten Tag am Sabbat. Sechs Tage hat Gott alles gemacht im Himmel und auf Erde und im Himmel und alles was ist. Mensch, Tiere, alles. Am siebten Tag hat Gott den Sabbat geheiligt. Deswegen auch Christen sollen den Sabbat halten, nichts anderes sollen sie tun. Den Sonntag hat niemand in der Bibel geheiligt. Das hat erst Kaiser Konstantin 324 nach Christus angeführt als stattlich anerkannten Ruhe. Tag für den Sonnengott Sollendvictus. Wenn ich zu schnell spreche wie Ken Jebsen, sagt mir gerne Bescheid. Ansonsten teilt und liked gerne mal den Livestream. Schön, dass du auf TikTok bist. Ja, freu mich auch, dass ihr hier seid. Du bist toll. Naja. Naja, wenn du das sagst, dann möchte ich das gerne machen. Die sagen wie Mithras. Was hat denn Mithras mit Jesus zu tun? Gar nichts. Käse. Verstehe ich nicht. Willst du den Penster aufmachen? Ja, mach ruhig. Warte, ich kann es auch aufmachen. Ich bin näher dran. Zu hoch. Soll ich das ausmachen? Ja. Okay, mach ich mal den Lüfter aus. So. Okay. Da sind wir wieder. Na, mein Alphili. Mein Kater kommt gerade zu mir. Oh ja, ja. Okay, versuchen wir es mal, Alphili. Auch wenn ihr das sehen könntet. Die Christen müssen zusammenhalten und sich nicht spalten lassen. Ja, das stimmt. Christen müssen zusammenhalten. Sag das mal. Amir Arapur. Du und Amir solltet euch vertragen und immer bei der Liebe bleiben. Also, Lisa, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich hab gar kein Problem mit, mich mit Amir zu vertragen. Und überhaupt kein Problem damit. Ich würd mich sogar freuen. Aber er kann das nicht. Er will das ja nicht. Weil ich bin für ihn kein Bruder. Ich bin ein Teufel für ihn. Verstehst du? Amir sagt, ich bin ein Teufel. Ich komm in die Hölle. Also, der hasst mich. Wie soll ich denn mit so jemandem mich vertragen? Ich glaub, Amir ist auch live. Frag ihn mal. Ob er eine Debatte mit mir machen will auf YouTube über das Gesetz Gottes und ob man sich vertragen will. Ich bin bereit. Wenn er bereit ist, er ist es nicht. Und das ist der Unterschied. Aber was sagt Jesus? Oder was sagt die Bibel? Was sagt Gottes Wort? Wenn ihr den Menschen den Fehler nicht vergebt und so weiter nicht Frieden schließt, wird Gott euch auch nicht vergeben und kein Frieden wird es für euch geben. Hast du christliche Theologie studiert? Nein, ich hab keine Theologie studiert. Ich studiere nur die Bibel allein. Ich mag dich und Amir. Ich mag dich auch. Hallo Markus, hallo Lisa. Du liegst in vielen Falsch. Ei, 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 ei. Mach mal Beispiel. Was macht Gott? Das Wort habe ich nicht verschaffen. Schön, dass du auf TikTok bist. Ich fordere das Ende der Welt. Kein Bock mehr. Ja, und was du forderst, ist eigentlich völlig egal, weil das Ende der Welt wird kommen, aber zuvor wird Jesus auf dieser Erde für tausend Jahre regieren. Dann wird diese Welt verbrennen wie eine Sonne und dann wird Gott einen neuen Himmel machen und eine neue Erde. Der Messias ist schon da, schreibt Sally. Und Deutschland beleidigt ihn täglich. Bist du ein, wie heißen denn diese Muslime da, die glauben, dass der Messias schon da ist? Okay, aus welcher Sekte kommst du? Wie heißt denn die Sekte, zu der du gehörst? Kannst du mir das mal kurz sagen? Wir müssen hier alle Christen und die Nichtchristen mobilisieren, zum Christentum zu kommen. Nein, die Menschen müssen nicht zum Christentum kommen, sondern zu Jesus Christus. Nicht zu einer Religion. Und da geht ja der Käse von neu los, weil so viele tausende Konfessionen, das ist ja schwierig, eine Einheit zu bilden. Aber auch Jesus hat dafür gebetet, ich bete dafür, dass sie alle eins sein, eine Einheit sein. Aber durch die Konfession geht das nicht. Ja, Jesus war eher die Welt wahr, das stimmt. Von wann bis wann ist der Sabbat? Der Sabbat ist, gut, dass du das erwähnst, das habe ich noch gar nicht gesagt, heute im Livestream. Der Sabbat beginnt am Freitag bei Sonnenuntergang und endet Samstag bei Sonnenuntergang. Das ist die Zeitspanne des Sabbats, weil der Tag beginnt bei Sonnenuntergang laut Bibel. TikTok kann sehr wertvoll sein für die christliche Gemeinschaft hier zusammenkommen. Es kann wertvoll sein. Und es kann auch viel Schlimmes dabei rauskommen. Wie geht es dir in Griechenland? Mir geht es sehr gut. Wir fühlen uns super wohl. 20 Grad, Sonne, Meer, Strand in der Nähe. Und was sagt meine Frau dazu? Wie fühlst du dich denn hier auf Zypern? Sehr gut, bin begeistert von Zypern. Ja, sie fühlt sich auch wohl, ist begeistert von Zypern. Seht ihr? Hast du schon mal bereut, dass wir hier ausgewandert sind? Nein, nicht eine Sekunde. Nicht eine Sekunde. Das sehe ich auch so. Hier gibt es auch viel zu entdecken und entdecken. Und entdecken immer wieder was Neues. Welche Lügen der Kirchen gibt es alle? Sonntag, Weihnachten? Also wenn ich jetzt die ganzen Lügen aufdecken würde, da müssen wir aber bis morgen, bis 1. Januar sind wir dann hier. Wo soll ich anfangen? Dreieinigkeit. Weihnachten, Ostern, Sonntagsheiligung, Speisegebote abgeschafft, die sieben Festtage Gottes abgeschafft, Sabbat abgeschafft. Man isst alles, was man will. Man feiert das neue Jahr am 1. Januar. Man hält, einige halten sogar Halloween. Manche beten Maria an und glauben, man darf zu toten Menschen beten. Maria ist nämlich tot, die lebt ja gar nicht mehr. Wie zum Beispiel Katholiken das ja tun. Aber in der Bibel heißt es, es gibt nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus. Einige beten oder denken, Menschen könnten Sünden vergeben. Einige sagen, die Gebote Gottes sind abgeschafft oder nur für Israel. Die Christen erkennen nicht, dass sie zu Israel gehören und nicht zu einer Religion. Es gibt so vieles. Bei YouTube verdient man nicht viel, wenn man so wie ich 5.000 bis 10.000 Aufrufe hat. Da darf man das nicht falsch verstehen. Ich verdiene nicht so viel, dass man da irgendwie von YouTube allein leben könnte. Das heißt, ich bin deswegen auch vielen Geschwistern dankbar, die meine Arbeit finanziell unterstützen, sonst wäre das gar nicht möglich. Ich lade jeden Tag zwei Videos hoch auf YouTube. Jetzt noch auf TikTok aktiv. Also ist schon ein Fullzeitjob. Deswegen jeden, der meine Arbeit unterstützt, auch finanziell. Oder hier auf TikTok. Ich meine, ich weiß, in harte Zeiten, aber natürlich freue ich mich auch hier mit diesen Geschenken, was man alle schicken kann. Da kommt ja zwar nicht viel zusammen, aber die 30, 40 Cent, immerhin. Wie heißt es? Kleinvieh macht auch Mist. Also deswegen danke an jeden, der hier auch Geschenke schickt und so weiter. Ich meine, wenn ich sehe, Amir, der muss ja Millionär sein, der bekommt ja dauernd diese Autos und Löwen. Denke ich mir, ach du Scheiße. Sorry für das Wort. Muss man erst heiraten, bevor man intim wird. Auf jeden Fall würde ich dir empfehlen. Ich habe euch bei Irrfern verfolgt, als ihr da alle zusammen wart. Tja, Lisa, dann kannst du ja bestätigen, dass Amir mich als Teufel bezeichnet hat, oder? Ich lüge ja nicht. Schalom, Bruder Markus und an alle Geschwister. Schalom zurück. Ist es um Gott weiß das eigentlich ruhig geworden? Hat es sich beruhigt? Gott weiß es, Patrick Altendorfer ist auf TikTok nur noch aktiv. Da hat er ein paar Zuschauer gefunden, die seinen geistigen Käse zuhören. Aber ich wünsche auch ihm Gottes Segen. Vor allem für seine Kinder, die ja sehr putzig sind, muss ich sagen, als ich sie auf dem Bild gesehen habe. Und auch für seine Frau. Ich wünsche denen allen alles nur das Beste und dass sie auch die Gebote erkennen. Hey, was ist zwischen dir und Amir denn vorgefallen? Du meinst Exmus nehmen, oder? Ja, Amir Rapur meine ich. Ja, Amir Rapur bezeichnet mich dauernd als Teufelskind und da ich in die Hölle komme, da ich kein Bruder bin, Satan bin und so weiter. Und nur weil ich andere Meinungen habe wie er und Gottes Gebote halten will und nicht heidnische Bräuche wie Sonntag und sowas. Und das ist der Grund. Also, ich habe nicht angefangen. Ich kann es aber beenden, wenn er Frieden will. Kein Thema. An mir liegt es nicht. Allein Darin müsste man noch kennen, wer mehr christlicher ist. Ich so Frieden ehrlich, also wer ist christlicher? Schalom mein Sohnemann. Schalom Anne-Marie. Schalom Land. Ach so. Ach, Vater und Sohn. War nicht an mich gemeint. Okay, alles klar. Bruder, geht auch auf meine Frage ein. Pano. Was war denn deine Frage? Ich springe nochmal runter, hoch. Ich sehe hier keine Frage. Ist er denn nicht gottgleich? Du meinst Jesus gottgleich. Vom Wesen her ist Jesus gottgleich. Nur nicht in der Hierarchie, weil Jesus ist ja der Sohn des Allerhöchsten und nicht der Höchste. Der Vater ist größer als Jesus, sagte Jesus. Jesus sagte, der Vater ist größer als ich, größer als alle. Ich fahre auf zu meinem Gott, eurem Gott, meinem Vater, eurem Vater. Im Buch der Offenbarung sagte Jesus, ich mache euch zu Königinnen und Priestern für meinen Gott und Vater. Das heißt, von der Hierarchie ist Jesus nicht dem Vater gleich. weder auf Erden noch im Himmel. Guten Rutsch, neues Jahr Gottes Segen auch dir, Blado. Ich soll zu einem schwachen Gott kommen, der sich nicht selbst retten konnte vor dem Kreuz. Jesus ist selbst freiwillig ans Kreuz gegangen und Gott hat freiwillig seinen Sohn geopfert. Kennst du nicht die Geschichte von Abraham und Isaac, der auch freiwillig seinen Sohn geopfert hätte? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Das ist ein Akt der Liebe und nicht der Schande. Ach, auf Zypern seid ihr ja toll zu wissen. Ja, griechische Seite sind wir. Shalom, guten Abend, Carola. teilt und like doch gerne noch mal den Livestream, das würde mich freuen. Jetzt kommt unsere andere Karte rein. Wunderbar, fehlt ja nur noch einer. Ja, du hast mit allem recht. Ich glaube, alles ist nicht richtig, was ich sage. Ich bin ja nicht Jesus oder Gott oder ein Prophet oder sowas. Ich glaube, all viel muss raus. Tauschen wir einfach mal. Kann ja Mino jetzt mal hier drin bleiben. Liest du denn die Bibel? Wenn ja, welche? Also die Schlachter 51 ist eine gute Übersetzung, die revidierte Version. Ich habe auch noch die Übersetzung von David H. Stern, Schlachter 2000, eine Lutherbibel. Liebster Bruder Markus, liebe Grüße an deine Frau. Shalom. Schön deine Stimme zu hören. Gleichfalls liebe Grüße und Gottes Segen. Freue mich, dass ihr hier seid, du hier bist, wir hier sind. Ja, wir machen es wie bis morgen. Nee, das äh, da, da. Nee. Warum wollen die Menschen nicht den heiligen Tag halten? Ist mir unverständlich. Ja, ich verstehe auch nicht, dass die Menschen nicht Gottes Gebote halten wollen. Ja, habe ich mitbekommen, der übertreibt und kann sehr provokant sein. Tja, ich weiß, ich verstehe auch nicht, dass Christen darauf stehen, sich fünf Stunden was über, gegen den Islam anzuhören. Weil der redet ja nur gegen Islam, kaum über Jesus. Was bringt es euch? Nichts. Suche 9, Vers 30 reicht aus, um den Islam zu widerlegen. Da muss man nicht, äh, dauerhaft irgendwie, äh, was weiß ich, Predigt erhalten. Übrigens, wer hochkommen wollte, äh, das machen wir jetzt erstmal heute nicht. Oder zumindest jetzt nicht. Solange du nicht abdriftest, wie die anderen mit dem liked, sonst Kommentarsperre alles mal 9. Was? Liked? Sonst kann man, gibt's Menschen, die sagen, wenn ihr nicht liked, dann sperre ich euch. Oder Kommentarsperre. Ja, natürlich. Also wer mir jetzt hier nicht ein Auto spendet, ja, der ist ein Irrlehrer. Ja, und wer mir nicht ein Löwe spendet, der kommt in die Hölle. Ist doch logisch, ne? Nee, Spaß. Also gibt's wirklich solche Menschen? Unfassbar. Nee, ist so alles freiwillig, alles gut. Wer kann, der schenkt Geschenke, wer nicht kann oder nicht will, der ist herzlich willkommen. Trotzdem, das liegt ganz bei euch, ist ja alles freiwillig, ist alles gar kein Problem. Selbst wenn ich nicht ein einziger Rose, nicht ein einziges Geschenk, ihr irgendwas auf YouTube, auf TikTok bekomme, machen wir das trotzdem. Ich bekomme ja sowieso eigentlich selten hier irgendwas. Deswegen, deshalb hält mich ja nicht davon ab, hier weiter zu streamen mit euch. Die Wahrheit muss ja ans Licht. mir ist aufgefallen, dass viele Verdiener nach Zypern ausgewöhnt sind. Auf Zypern muss man nur 12,5% Steuern zahlen und Deutschland könnte ich gar nicht überleben. Das tausendjährige Reich ist nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Laut altem und neuem Testament. Da heißt es ja, alle Heidenvölker der Erde werden nach Jerusalem gehen und Jesus dort auch vor Miederfallen. Die einzige Gruppe, die glaubt, dass das tausendjährige Königreich Gottes im Himmel ist, sind siebten-Tags-Adventisten. Amir hat Macken, aber die sind nicht falsch für die Lehre, dass Jesus Gott ist. Also, du denkst, es ist dann okay zu sagen, dass Thora-Christen und so, ich meine ganzen Geschwister erfiele, dass wir Teufel sind und in die Hölle kommen. Ist eine Macke, aber naja, jedem das eine. Ich sehe das schon sehr hart. Außerdem darf man nicht richten. Und die sagen, wenn man sagt, du kommst in die Hölle, du kommst in die Hölle, dann ist man laut Jesus selbst mit einem Bein in der Hölle. Aber so ist es. Wie kann man dem, wie kann man denn Gott gleich sein, wenn man nicht Gott ist? Gott ist Geist, sagte Jesus. Und Jesus ist Geist. Er ist Gott gleich vom Wesen her. Aber der Vater ist größer als der Sohn Gottes. Roger Liby, ja, er ist halt auch gesetzlos, kann Sabbat, nichts. Gesetzlosigkeit, das ist immer schlecht. Natürlich hat Roger Liby auch gute Videos, aber wie heißt es, prüft alles, das Gute behaltet. Ah, ich bin 90 Minuten lang live gerade gewesen. Mann, wie die Zeit vergeht manchmal. gehst du in die Kirche? Hier auf Zypern haben wir leider noch keine Gemeinde gefunden. Wie würdest du dein Glauben nennen? Ja, ich bin einfach Christ, da gibt es keine Konfession. Man würde uns als Tora-Christen bezeichnen, weil wir ja die Gebote Gottes halten. An die Rose war für meine Frau steht hier. Okay, dann gebe ich sie gern weiter. Hab mich schon wieder. Ah, okay. Sehr gut. Alles Gute für dich, für dich auch, Norman. Woran glaubt Amir? Ja, an die Gesetzlosigkeit zum Beispiel, an eine Dreinigkeit ohne Hierarchie. Das heißt, Jesus sagte zwar, der Vater ist größer als Jesus, aber Amir sagt, nein, Jesus ist genauso groß wie der Vater. Also, wem wollte er glauben? Amir oder Jesus? Wer kennt Jesus besser? Jesus oder Amir? Ich meine, das sagt halt schon alles. Wer ist das Alpha Omega? Der Vater oder der Sohn? Das kann man auf beide beziehen. Beide. Wie alt bist du und deine Frau, wenn ich fragen darf? Auch über das Alter sprechen wir doch nicht. Ich denke, Amir hat sich noch nicht wirklich losgelöst vom Missnamen. Das glaube ich leider auch. Leider, leider, leider. Man muss die Perlen aber nicht vor die Schweine werfen und das ist bei TikTok leider der Fall. Das stimmt. Aber dort, wo sehr viel Finsternis ist, da muss auch das Licht rein. Und gerade in der Finsternis der Endzeit, wenn es zum Beispiel Nacht ist, erst dann sieht man die Sterne leuchten. Das sieht man tagsüber nicht. Und in der Endzeit wird es sehr finster, geistig und in der Welt auch. Und gerade da müssen wir unser Licht leuchten lassen. Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt, so lasst eure guten Werke vor Gott zeigen, damit sie den Vater verherrlichen. Nein, es gibt nicht zwei, es gibt nur einen allerhöchsten Gott und das ist der Vater. Jesus ist der Sohn Gottes, der vom Wesen her Gott ist, aber nicht auf derselben Position ist. Stephanus, als er gesteinigt wurde, sei Jesus zu rechten Gottes des Vaters. Wer ist größer? Derjenige, der zu rechten Gottes ist oder Gott? Zu sagen, ja, das ist jüdisch, Jesus notwendig für alle, ist ein Widerspruch. Verstehe ich? Ja, das ist ein Widerspruch. Der Sabbat ist nicht jüdisch, als hätten Juden den Sabbat erfunden. Das ist das Gebot Gottes. Nicht ein Jude hat das erfunden. Kannst du das mal mit der Präexistenz erklären? Auch darüber habe ich schon viele Videos gemacht auf YouTube, aber ich sage es gerne nochmal. Einige Christen glauben, Jesus existiert erst, seitdem er geboren wurde, als Mensch vor 2000 Jahren. Aber Jesus sagte, ihr Abraham, wahr bin ich. Jesus sagt, er kam aus dem Himmel. Im Neuen Testament heißt es, alles im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare und das Unsichtbare wurde durch Jesus Christus erschaffen. Deswegen heißt es ja auch im Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Und wie heißt Johannes 1? Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott und wurde Fleisch, Jesus. Und wer war im Anfang bei Gott? Jesus. Deswegen wird Jesus im Buch der Verenbarung auch als das Wort Gottes bezeichnet. Und Ja genau, Jesus hat auch Vollmacht vom Vater bekommen. Das sagt schon sehr viel aus. Wer ist größer, der Vollmacht bekommt oder der Vollmacht hat? Genau. Wir sind wieder unten angekommen. Gut, liebe Geschwister, dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende. Also mich hat es gefreut, mit euch hier ein bisschen Zeit zu verbringen zum letzten Mal im Jahr 2023. Aber 2024 wird es fortgesetzt. Ich würde euch bitten, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne oder folgt gerne dem TikTok-Kanal hier und gerne auch meinem YouTube-Kanal Inside Reporter MCM. Da gibt es über 1500 Videos, könnt ihr euch anschauen. Ich habe heute drei Videos online gestellt, auf TikTok auch. Schaut es ihr euch gerne an und dann hört ihr Amia Rappo, Reza Rappo, dann seht ihr mal, warum ich da so kritisch bin und bleiben werde. In diesem Sinne, einen guten Rutsch sage ich nicht, aber ich wünsche allen Gesundheit im Jahr 2024. Mögen wir alle gute Früchte bringen für den Herrn und König Jesus Christus und möge die Wahrheit ans Tageslicht kommen. Der Herr der Herren, der König der Könige, das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, der Richter der Welt, der Friedelfürst, unser König Jesus Christus. Amen, Shalom und Gottes Segen. Bis bald. Ja, Vielen Dank.